Ich werde gerade ge... Alter, mit einer Hand, Alter. Das wird mal goldenen Rüstungen mal zu erwähnen. Ich bin total arm dran. Ich bin wie... Soll ich dich hauen, oder soll ich dich nicht hauen? Okay. Ich vervollstände Torio, ich schütze dich einfach mal. Du kriegst ja anscheinend hier nicht alleine auf die Reihe. Nein. Das Bambelfleisch kann nicht verzichten. Willst du ein Fleisch haben? Ja, da... Du kannst auf mein Fleisch verzichten. Ich will mal wissen, ob du nachher auch... Ja, aber wohl, es ist schneller als ich. Du hast doch Fleisch. Ah, es ist ja hier auch noch voll die Diva. Essen Snickers. Ja, toll. Da ist Fett dran, das Fleisch schmeiß ich weg. Auch noch. Ich habe eine Enderperle. Zwei Stück. Hat das was zu bedeuten? Ich hätte dich jetzt voll ermorcheln können. Gibt es hier das Ganze nur Wald, oder gibt es hier auch Häuser und andere Sachen aus Bäumen? Oder bin ich einfach nur komplett falsch gelaufen? Ich habe hier schon Gebäude gefunden, also ich weiß nicht, wo ihr seid und ich seid auch ganz weit weg von mir. Ich bin irgendwo in der Bamba, wo nix ist. Ich auch. Ja, dann sehen wir uns gleich. Also ich muss ehrlich sagen, wir kennen es schon, ne? Heimverteidung. Ich auch. Ich auch. Ich bin hier. Ich bin hier. Cheater. Cheater. Was denn? Mir wurde gesagt, die Map wurde selbst gebaut. Dabei ist es aber eine Variety Map. Ja, ja, aber es ist jetzt. Ich glaube, wir sind Freunde. Scheißegal, von wem wir haben, solange es passt. Exteria sind wir Freunde? Sind wir das? Hi. Ja, wir sind Freunde. Wir sind Freunde, ja, ja. Wir sind Freunde, ja, ja. Wir sind Freunde, ja, ja. Nein, wir sind Freunde. Du hast definitiv ein Schwert, ich nicht. Oh Gott, ich liebe euch alle. Hat jetzt hier ein Schatz gelassen. Ich mache alles sehrermaßen fertig hier. Ich habe gerade so das beste Schwert überhaupt, so ein Holzschwert oder so. Nee, hier ist echt nichts. Ich habe gar nichts. War auch keine Kiste gewesen da? Ich finde überhaupt nichts hier. Ich habe nichts gefunden. Ich mache jetzt alles fertig mit einer Schüssel, ne? Warum sind hier Mobbs an? Oh. Kannst du meinst du abgeben, bitte? Ja, toll. Nein, nein, ich habe schon hier. Da, bitte. Ist klar, dass wir jetzt um sich herumlaufen. Ja, weil ein Tier-Swerd am Spawn ist. Was ist los? Da, da. Was wäre denn zum Spawn? Nein, wirklich? Oh, Creeper. Du bist recht, da ist ein Diasch. Die bleiben wir hier zusammen. Na, Weihnachtsmann ist es am Spawn, weißt du? Nein, Alter, schalt uns die Monster aus, Mann. Ah! Die machen die Monster überhaupt allgemein am Server, nur mal so zur Frage. Die können ja gar nicht zur Hungergames dazu zukommen, ja? Ja? Komm mal her, komm mal her, komm mal her. Alter, die machen jetzt auch schon ein Team, ey. Keller, wir machen ein Team. Was? Ja, die zwei machen gerade ein Team hier vorne. Jetzt bin ich in die Lava gefallen, weil mich ein Skelett reingeschubst hat. Schöne Scheiße, ich bin tot. So ein Gewitter nicht. Oh, was ist das denn? Creepy. Ja, ich bin tot. Ach, scheiße. Ah, scheiße. Oh, weg, weg, Mann. Oh, scheiße. Ja, genau die verbrauche ich gerade für das Diamantenschwert, aber okay. Ja, toll, jetzt schalt ihr die Monster aus. Guck mal, hier komm, was mitnehmen, glaube ich. Ach so, ich würde sagen, die brauchen wir erstmal ein bisschen Fleisch und... Ey, dich Rüstung. Kiwi, irgendwie ist das gerade scheiße. Ich wollte hier gerade einen Schwein abwurzen und jetzt hast du die Mops ausgemacht und jetzt sind keine Kühe mehr und keine Schweine mehr. Oh, hier, hinter dir. Hier ist nichts, ich bin ja drunter gegangen. Kann man gar nicht spectasen. Die cheatet, ey, die cheatet. Sie sagt... Wo ist ein Schwein? Das ist auch noch, ey. Wie kriegen wir jetzt... Haben wir jetzt kein Fressen mehr oder was? Ja, genau, wir haben kein Fressen mehr. Das ist ja das Problem, aber sie bekommt alles, ey. Das geht immer... Das ist schon wieder unfair. Also, ich würde eher sagen, wir machen das zu einer Autogrunde und dann zocken wir nochmal ganz neu und... Ohne zu cheaten. Ohne zu cheaten. Ja. Ohne Monster. Und irgendwie kann man gerade gar nichts mehr abbauen hier, weil... Das können wir auf jeden Fall machen. Kann man hier Spectator... Warte, warte mal, stopp, probelst du... Äh, Spectator, äh... Ich stehe so am Abgrund. Hör! Auf der anderen Seite vom See. Alter, wie ihr alle ausgerüstet seid, Hilfe! Auf der anderen Seite vom See? Kannst du... Nee, stopp, du räuschst in die falsche Richtung. Also, ja, aber... Komm mal zum See, komm mal zum See. Ah, hier. Ach, da oben. Ja, oben, ja, oben, ja, oben. Ich bin nur runtergesprungen, weil ich gucken wollte, was drin ist. Ich habe SG Spectator 1 gemacht, jetzt kann ich Spectator... Okay, wo ist jetzt das Stierschwert, hä? Ähm... Nein! Frieden! Frieden! Dieser Liska, schon wieder. Da ist das Stierschwert. Nein, 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 aus! Fui, fui, fui! Geh weg von mir! Oh! Na! So ist Rotar! Ach, wo ist der Mann? Ach! Ach! Das wolltest du ja! Ich habe dich nackig gemacht! Ich habe das Diamoden schwer! Aber wir gehen mal hoch. Ja, muss ich auch sagen. Das Diamona hast du. Ja, halt. Und so. Oh, Alter, könnt ihr euch vielleicht irgendwie unsichtbar machen? Ich glaube, immer, da ist ja immer in dem Wald dabei. Ist der einfach nur so auf Wrong Turn-mäßig auf Monster aus, ey? Oh, Wrong Turn. Das ist gut. Gut, wir gehen hier auch. Alter, beim Gelektis, aber ist das klar, ey? Das geht immer gar nicht. Ja, Mann. Ja, ab und zu bei einem Schwein oder bei einer Kuh oder so. Wer heißt Frieder? Echt? Keiner von euch. Gut, passt. Gekillt. Eis. Juhu! Gekillt. Ach, Mann, hier ist doch nichts. Nee, nicht wirklich. Äh... Ich hab vorhin ein kaputtes Haus gefunden, hab ich mal in der ganzen Rüstung gekriegt, aber... Ich find hier irgendwie im Schlank, ne? Hm. Ach, witzig. Oh, 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 oh. Ich hab hier grad nichts dafür gefunden. Warte mal, warte mal. Hier ist was, wo ich, äh... Ich bin der Unsichtbare im Schritt. Ich bin vorhin schon in so eine Falle reingetreten. Weg, 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 weg. Alter, du bist mir doch mal mit was sagen. Meiner ist sicher. Ah, hinterlistig. Ich sagte weg, ich bin schon mal in so eine blöde Falle rein. Achtung, Wolf, machen die doch zum Haus? Wie TNT ausgebaut hier? Moment, hab ich noch nicht, okay. Aber jetzt mal ernsthaft. Da bemerkt man schon mal, dass wir kaum so weit wie im Spiel, weil das ist eine der bekanntesten Survival Games Maps überhaupt. Ich glaub, das ist die ganz, die erste kann das sein. Das ist die allererste. Team Variety. Da ist wieder so eine. Ja, aber das heißt, weg, 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 weg. Das heißt, sie ist nicht selbst gebaut. Weiter, weiter, weiter. Das hat ja auch niemand gesagt, dass sie selbst gebaut ist. Na doch, warum meint irgendwer, dass sie selbst gebaut ist? Genau, ja. Wurde mir gesagt, von... Also mir wurde auch gesagt, dass sie selbst gebaut wurde. Von Butz? Ja, von Butz. Auch wieder Fehlinformationen. Nee, nee, die... Ja, ich hab's auch so verstanden. Das man irgendwie hochladen kann. Das ist ja auch scheißegal. Ich warte auf dem Spawn auf die Leute mit Tittenbonus, falls noch welche leben. Genau. Ja, ich leb noch. Oh, schade. Zwei mit Tittenbonus. Ey, die machen mich fertig, glaube ich. Ja. Ich hab auch hier ein Bündnis mit den Piraten. Also von daher kommt uns nicht zu nah. Ey, Patsch. Ich glaube, die Piraten sind immer auf der Seite von demjenigen, der mehr zahlt. Also ich geb dir mehr. Ich zahl das Doppel. Tittenbonus, mein Lieber. Da hat Geld keinen Wert. Als ob ich dir trauen würde. Was ist los? Hast du gerade... Was hast du gerade gesagt? Ich hab dich nicht verstanden. Ich so Tittenbonus, mein Lieber. Da hat Geld keinen Wert. Hallo? Geld hat ich genug gekauft. Mann, da hab ich genug Titten. Wenn ich mir... Ja, mit Geld kaufe ich mir halt welche. Wo hast du genug Titten? Eben, das muss schon alles... Wahrscheinlich auch schon länger. Da brauchst du nichts davon. Nicht unbedingt. Boah. Kiwi. Kiwi, I'm stalking hier. Irgendwo muss doch da auch ein bisschen... Ich bin von dir schwer in Deutsch, weil normalerweise die Piraten nehmen alles, aber naja. Kann ich mir mal mit Diska vorstellen, geht er zum Schweren. Ja, hast du rum. Also mich nervt das ziemlich, dass ich hier keinen Ingame-Sound hab. Genau, ich... Ich geh zum Schweren. Er könnte sich ja auch Männer-Titten anessen, also so ist es ja nicht. Ja, mich auch. Du kannst ja auch Titten anessen. Eigentlich hat er ja... Ja, darauf steht Piraten ja richtig. Ja, Diska holt sich ja Silikonteile und dann... Ja stimmt. ...sagt er geben sie mir mal die und dann macht er hier... Brrrr, ah nee, die sind zu klein. Wo bist du denn jetzt? Ich hab dich schon wieder aus den Augen gelegt. Eine Nummer größer, bitte. Brrrr, ich bin hier am Rande, warte mal, bleib irgendwie stehen. Das ist nicht so schön, der Ton gefällt mir nicht. Machen wir ein anderes Ton. Irgendwie finde ich gar niemanden mehr. Ja, ich! Wo bist denn du? Nein, ich hab... Ach da, ich sag mal, hat irgendeiner von euch die Minimap an. Nein, lass mich in Ruhe! Komm auf dich zu. Wo bist denn du? Ähm... Ja, ich bin hier am Rumspektaten und lass euch die Teamsprache. Wie bist du eigentlich gestorben? Durch ein Skelett, was mich in die Lava geschubst hat. Siehste, er muss sich das Lachen auch noch verkneifen, ey. Das hab ich dich schon wieder aus den Augen verloren, meine Güte. Ja, ich klicke gerade nur sinnlos. Ach, da. Ich hab keine Peile. Das ist doch auch nur Outtake-Ding, Leute. Ja, wir machen die nächste Runde zur Event-Runde und die anderen sind halt nur Outtakes, der was die Aufzugs hochladen will, okay? Ich wahrscheinlich schon, falls ich gewinne, falls ich nicht gewinne, dann halt nicht. Du wirst nicht gewinnen. Mhm. Du, ich brauch Videos. Ist mir egal, du wirst trotzdem nicht gewinnen. Und außerdem bin ich kein Junge. Ich hab hier so einen, ähm, goldenen Apfel, die scheiße Obstfliegen. Das ist die Charlie-Schienenfliegen. Mal stehen. Was? Die Charlie-Schienenfliegen. Ich würd sagen, jetzt hat die Fliege... Ich hab hier auch noch mal Rüstungsteil, sehe ich gerade. Komm mal her. Da. Hallo. Ich komm, ich komm. Jetzt hat die Manoleder, aber immerhin erst mal was. Seh ich gerade. Ah ja, super. Wo seid ihr denn alle, Mann? Ihr seid ja alle... Ne, ohne Scheiß. Ich dachte, die Titten sind nicht zu übersehen, aber ich finde euch nicht. Ja, hallo, wir haben nicht so Bonzen-Titten, wie du denkst, ja? Guck doch mal nach unten. Ganz normale Durchschnitts-Titten. Oh, Mann! Dich hab ich doch nicht gesehen. Ja eben. Also wieso seh ich sie nicht? Das ist falscher Fokus. Also ein... Falscher Fokus. Ja, ich hab... Ich hab... Ach, egal. Lass es. Jaja. Ach, Mann, das ist ja blöd, wenn man die mehr fliegt, da weiß man gar nicht, wo die Kisten sind. Falsch, ich seh nicht! Wuhu! Das Problem mach ich auch gerade. Ist schon wieder weg. Ne, warte, jetzt bin ich weg. Du musst ja auch nicht hochkommen. Ja, ich komm nicht mehr hoch, Mann. Ja, ja, glaub ich steh. Ach, da. Ich seh dich schon. Ja, dann komm die runter. Was? Es reicht mit dir, wo du kommst. Hey! Oh, ich lass auf dich gleich. Nein! Ja, okay, aber ganz kurz. Hey, komm mal runter. Normalerweise kann man hier das hier abbauen. Warum nicht? Ich komm nicht mehr hoch. Natürlich, das ist abgebaut hier, ja? Welchen Welt wollt ihr gleich? Ja, was geht's haben? Bei der zweiten Runde? Juhu! 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 Ist eigentlich relativ egal. Kannst du eigentlich so aussuchen, wie du magst? Ey! Du Arsch! Mach eine 4 Map, würde ich sagen. Wir gehen auf die... Nein, eine Map, die nicht so bekannt ist. Was muss ich jetzt machen? Was muss ich jetzt machen? Ich kenn alle...